Hallo und willkommen zurück zu Ark Ascended the Island. Okay, willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir den da gezählt. Vielen Dank für die Demonstration, Nico. Der ist sehr schwach. Also, das ist peinlich. Und außerdem, das stärkere Tier, das ich zwischen Folgen gezähmt habe, ist hier. Da ist er. Das ist David. Das ist unser neuer Dimorphodon-Freund. Wir ignorieren den Giganotosaurus draußen. Was ich denn jetzt sagen will, ist, dass wir den anderen Giganotosaurus zählen. Damit wir eine Armee machen können. Damit wir über die ganze Welt erobern können. Ich kann ja so sagen. Ich muss etwas hinzufügen. Was? Mir ist aufgefallen, Gigas können nicht in die Tech-Höhle rein. Warum können Gigas nicht in die Tech-Höhle rein? Ich weiß nicht, warum. Ich habe es ausprobiert. Die können nicht in die Tech-Höhle rein. Google! Was ihr da gerade gehört habt, war ich Niesen. Ich weiß nicht, warum sich das so angehört hat. Aber ich bin genauso verwirrt wie Nico beim Bearbeiten gerade. Sogar der Giga sieht verwirrt aus. Lass uns jetzt losgehen. Ja. Wohl, warte. Okay. Du hast noch die ganzen Gates, oder? Die Gates? Ich glaube nicht, aber... Ich weiß nicht, müsste ich die irgendwann gepackt haben. Ich habe auch drei neue Kübel gemacht. Und ich habe auch Zitronen in Drops gefunden. Wo sind die Gates? Was? Haben wir die da gelassen? Nein, du hast sie ja mitgenommen. Ich habe drei Stone Gates. Hä? Wo habe ich hingepackt? Ich weiß nicht, da war ja so ein Haufen, sage ich jetzt mal. Da war ja so ein Block. Und wir haben auch Zitronen in Drops gefunden. Und wir haben auch Zitronen. Hast du auch die mitgenommen, die so im Block waren, sage ich jetzt mal? Nee. Nein, hast du nicht? Dann stehen die da wahrscheinlich vielleicht noch. So, dann lass uns da los. Ist aber nicht schlimm, wenn die da noch stehen. Lass einfach mal gucken, okay? Dann klau ich mir den hier einmal. Hier unten. Hier unten. Ich habe verstanden. Guck, der kommt hier nicht hoch, 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 der kommt hier nicht hoch. mach ihm mal aggressiv auf dich mach mal dass er aggressiv auf dich ist hast du es alter dieses spiel also wenn der nicht rauskommt okay also noch ein bisschen ich bin tot also eigentlich dahin da wirklich nicht ich glaube der kommt da raus war mal guck mal wie viel er bekommt kann ich überhaupt treffen auch schon wieder nicht das sind einmal getroffen aber das jetzt wieder bei null und wieder einfach auf den reinschicken bitte hilf mir ich bin runtergefallen war auch Geld kaputt bitte bitte kann ich nicht mit einem halbes holen bruder ich glaube nicht dass es möglich ist ohne dass ich wieder runterglütsche lass mich los er ist auf dem stone geld das auf jeden fall schießen wo einfach so them nie im leben beide von den giga sind so einfach zu zählen auf schießt mal auf ihn rein der hat warte mal 10 level weniger ne und 6000 benommen halt weniger ja das ist crazy sag mir wenn du nicht was ich schieße ich gehe mal über 20.000 hat er bei 4.000 schießt man ja schneller mit man schneller noch euer prozent rechnen von nachgucken ich guck mal nah er 33.000 und diesen abgeben wir haben ein drittel geschaut okay weil ich habe noch eine feste feine die gegenkommen gleich zu mir ich habe noch 120 ich denke es halt wenn er wegläuft frage ich mich aber raus kann 65.000 ich habe noch drei drei feine ja da muss ich wohl mit meinen fäusten reinhauen wer aufgehört ich glaube der ist jetzt in seinem ich glaube weg der hat 70.000 ja dann warte mal komm mal zu mir er nimmt mich mit er nimmt mich mit wie viel geht es noch mal im winter komm mal her da danke level hat er verloren na 75.000 ja jetzt müsste er 87.000 haben der hat 96 schnell schieß weiter schnell schieß weiter hä es geht noch höher einfach weiter ich schieße noch drei feine sag mir wann ich nicht mehr reinschießen soll ich schieße jetzt einfach rein guck du guck du jetzt jetzt doch wohl einer noch einer noch nein doch nicht die machen ja aus jedem deinem Grund fünf minuten früher Schluss sehr schwer viel zu schwer dann gehe ich hier auf den bring links auf den drauf jetzt kann ich dem endlich was reintun da wird wahrscheinlich so nee stimmt deine benommenheit geht immer noch höher ja die gehen nicht runter jetzt geh bitte weg wie viel muss so ein giga noch mal verlieren an Leben äh 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 links da meine ich 20 20 gesund äh 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 80 20 20 jetzt nur noch 15 das ist äh wir hatten es schon ja 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 endlich lass sie einfach weg sonst verrecke ich hier hab ich cryo den sofort hier hab ich cryo den sofort ok ich sterbe nicht mehr warum sterbe nicht mehr und mehr bist du weg blöde an ich hab den äh äh giga äh kartoffel genannt nach äh der person die auf jedem unserer art videos äh äh einen kommentar gemacht hat also gigas dauern 24 Stunden bis sie respawn 24 im spiel oder nicht im spiel aber ich glaube auf dem one dedicated service geht das irgendwie schneller äh ist es okay wenn ich mir eine flinte herstelle ja klar klar firearms wir brauchen metall was ist das was ist das ein metall wir haben jetzt einen angriff wir haben jetzt einen angriff wir haben ja jetzt einen angriff den weg aber aber hast du die hast du die melee feder aus äh hast du die melee feder aus roadrunner raus geworfen nein obwohl ich kann bei allen flak hoffentlich kriege ich eine melee feder nein 5 Stunden das 4 fps äh Stammelschirm ja 5 fps Stammelschirm mal gucken wie viel HP er dazu bekommen 8 HP alter mal geh nicht in HP das 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 war ein Level hey das ist sehr übelst wenig also das ist schon krass oh maiden dauert nicht lange deiner hat meiner hat 13 mehr oxygen ich nehme definitiv all die Stats von deinen warum hat ja kein Wunder deiner hat 38 oxygen alter das ist das heftig und es ist trotzdem nur ein 5 oxygen unterschied wie nehme ich den Giga zu äh Apex wegen Apex Predator und wer dann das gute Kind was geimpfindet ist und die guten Stats hat und anscheinend auch Mutation bekommt äh das wird dann Kartoffel heißen weil äh ich werde diesen Giga wahrscheinlich gar nicht benutzen gar nicht benutzen ja der ist auch ungelevelt der ist umgelevelt meine kacke Stats deiner ist komplett umgelevelt meiner ist hat 64 Level mehr als deine natürlich ist deiner schlechter ja ja schon aber so guck dir wenn du die erste Zeile ins Test die du dir anguckst ich würde sagen das ist größer als ich boah ich hab da gerade was gesehen ich hab gesehen eine Mutation boah eine Mutation das ist heftig wir werden das aber nicht zu wir werden das aber nicht oft benutzen wir werden das aber nicht oft benutzen wir werden das aber nicht oft benutzen zu kalt zu kalt es geht nicht ich glaub du bist ein Stück weiter zurück ich glaub du bist ein Stück weiter zurück ich willst du dann das Ei haben also gegen Giga weil weil der hat eine Mutation ja aber hängt davon ab wo es eine Mutation ist Mh hoffentlich Oxygen 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 das ist das wichtigste was man haben kann bei einem Giga warte hat der Melee weil da steht 30 Riechstrich 2 Mh keine Ahnung muss ich mir gleich angucken eine Mutation bekommen aber das war's dann für zuerst mit dem Video wenn euch das Video gefällt hat abonniert wenn nicht tut es mir leid ich werde versuchen mich zu bessern und ja nächstes Mal werden wir dann an unserem Haus erweitern diese Erweiterung werde ich euch nicht sagen weil ich gemein bin also Tschüss